Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Testbericht für www.wlan-kamera.info Heute teste ich ein Insta-Modell. In den nächsten Wochen werde ich außerdem noch zwei weitere Modelle von Insta testen. Welche die sind, blende ich jetzt kurz einmal unten ein. Ich beginne den Test hier mit der Insta IN8015. Es ist eine Full-HD-Kamera, das heißt 1920x1080 Pixeln. Die Kamera hat sehr viele Funktionen, das heißt sie hat einen passiven Infrarotsensor, Push, E-Mail, dann On-Wheel-Fig, sie hat HTTPS-Zugriff, also HTTPS ist verschlüsselter Zugriff über den Browser, WPS, sie hat ein Mikrofon, sie hat einen Lautsprecher, sie hat Nachtsicht, sie hat einen Weitwinkel, also so ungefähr 90 Grad Bildfläche quasi, Pan-Tilt, also man kann die schwenken und drehen, sie hat WLAN, sie hat einen Micro-SD-Kartenslot. Und dann schauen wir mal auf die Oberseite, hier haben wir nämlich noch ein paar weitere Infos. Es ist so, sie hat H.264, das ist ein Format für Videos. Und dann haben wir hier noch die Info, dass das Ganze unter Windows, Mac, Linux, Android und iOS läuft. Also es gibt eine App und außerdem eine Web-Oberfläche, die läuft eben im Browser. Deswegen ist das hier auch kompatibel mit so vielen Betriebssystemen. Und auf der Seite sehen wir hier nochmal weitere Infos. Also es gibt eine App, habe ich ja bereits erwähnt, die kann man kostenlos herunterladen. Es gibt eine Web-UI, dann scannt man einfach so einen QR-Code und dann ist man quasi schon verbunden mit der App. Auf der Seite haben wir dann auch weitere Infos und zwar P2P gibt es und DDNS. Das sind eben Dienste, die den Zugriff mit allen möglichen Internetanschlüssen auch unterwegs ermöglichen. Dann gibt es Push-Service, das heißt, ihr kriegt quasi Textinformationen auf das Handy über die App, wenn die Kamera einen Alarm registriert. Und jetzt schauen wir uns die Rückseite nochmal an. Hier sehen wir die Kamera nochmal mit dem gesamten Zubehör und einige Infos. Also es ist ein WDR Panasonic Sensor verbaut. WDR ist Wide Dynamic Range, das heißt, die Bilder können auch bei hohem Kontrast- beziehungsweise schlechten Verlichtverhältnissen werden, die auch korrekt ausgeleuchtet. Dann ein 4,3 mm Weitwinkelobjektiv, das ist austauschbar. Das ist eine Besonderheit bei Insta. Das gibt es nämlich jetzt im normalen Bereich, im normalen Consumer-Bereich nicht so oft. Bei Insta kann man auch noch Objektive kaufen für die WLAN-Kameras. Dann gibt es wie gesagt hier PR, Nachtsicht, MicroSD-Kartenslot, hatte ich bereits erwähnt. Hier steht auch bis wieviel Gigabyte, also bis 128 Gigabyte. Es gibt einen IO-Alarm-Ein- und Ausgang. Und wie gesagt, Mikrofon-Lautsprecher habe ich bereits erwähnt. Man kann die Kamera außerdem einfach hinstellen oder an die Wand oder die Decke montieren. Da liegt eine Halterung bei, die seht ihr dann gleich noch. Auf der Seite hier haben wir dann noch die Funktionen beschrieben. WDR, Wide Dynamic Range, hatte ich bereits erwähnt. Weboberfläche. Man kann eine Fotoserie erstellen, auf die SD-Karte speichern, dann oder an den FTP, an einen FTP schicken oder per E-Mail. Live-Video-Geräuscherkennung, HTTPS eben. Alarmauslöse haben wir hier, PER und Bereiche. Also wir können Bereiche festlegen, wo der Alarm gilt. Das zeige ich alles noch detailliert, wenn ich die Software vorstelle. Und das hier ist besonders toll, dass das auch erwähnt wird. Bzw. die Kamera das kann. Die Kamera kann quasi vor dem Alarm aufnehmen. Das kann man einstellen. Das heißt, sie nimmt drei Sekunden vor dem Alarm auf. Das heißt, sie benutzt quasi einen Puffer. Weil oft hat man das Problem, jemand läuft ins Bild und die Kamera braucht dann, sagen wir mal, drei Sekunden, um den Alarm auszulösen. Dann ist der eventuell schon wieder aus dem Bild. Das Problem hat man dann hier nicht. Wenn er nämlich drei Sekunden vorher anfängt aufzunehmen, hat man dann auf jeden Fall die Person drauf. Alarmbenachrichtigungen gibt es. Das hatte ich bereits erwähnt. Und es gibt eine Cloud von Insta. Diese Cloud werde ich auch noch detailliert vorstellen und euch mal zeigen, wie das Ganze halt aussieht. Wie die Web-Oberfläche da ist. Wie das Ganze in die Kamera integriert ist. Das gibt es aber alles noch in diesem Testbericht. Bzw. im Verlauf des Videos. Bzw. wahrscheinlich werde ich das Ganze wieder splitten in verschiedene Videos. In einzelne Videos, damit das eine Video nicht zu lang wird. Die ganzen Videos findet ihr aber im Testartikel wie immer verlinkt. Den Link gibt es wieder unten in der Videobeschreibung. Das war es jetzt mal von der Verpackung. Eine etwas längere Einleitung. Denn hier sind wirklich gute und detaillierte Informationen auf der Verpackung. Das finde ich auf jeden Fall gut. Jetzt beginne ich aber mit dem Unboxing. Hier oben sehen wir zuerst einmal die Anleitung. Die nehme ich jetzt mal heraus. Und unter diesem Deckel hier sehen wir dann die Kamera. Die nehme ich jetzt auch einmal heraus. Dann haben wir noch Zubehör. Beziehungsweise Netzteil. Das nehme ich jetzt alles erst einmal heraus. Damit ich den Karton hier entfernen kann. Das hier ist quasi der Lieferumfang. Da beginne ich jetzt mal zuerst hier mit dieser Halterung. Die kennen wir ja schon. Das ist so eine typische Standard-Wandhalterung. Die funktionieren gut. Und ja. Hier habt ihr eben so einen Pin. Den kann man eben nutzen hier. Und da kann man die Kamera dann draufschrauben. Die hat unten nämlich ein Gewinde. Das werde ich gleich noch zeigen. Es gibt natürlich auch die Schrauben für die Halterung. Die sind hier auch im Lieferumfang enthalten. Dann haben wir hier eine WLAN-Antenne. Die muss ich gleich noch auf die Kamera schrauben. Wir haben hier ein Netzwerkkabel. Und dann haben wir hier so ein Plastikteil. Das sieht aus wie eine Art Dichtung für irgendwas. Das muss ich mal noch schauen, wofür das hier da ist. Dann haben wir hier eine Bohrschablone. Diese Bohrschablone ist für die Halterung. Das heißt, die klebt ihr an die Wand. Und dann wisst ihr, wo ihr die Löcher bohren müsst. Und müsst da nichts anzeichnen. Praktisch und bequem. Als nächstes haben wir hier das Netzteil. Natürlich braucht die Kamera Strom. Ihr müsst die mit dem Netzteil eben an den Strom anschließen. Jetzt kommen wir zur Kamera. Und das hier ist die Kamera. Ihr seht hier schön die IR-LEDs herum um das Objektiv. Ihr seht hier den PIR. Da oben den Dämmerungssensor. Und ich drehe die Kamera jetzt einmal. Die hat natürlich auch noch Lautsprecher und Mikrofon. Dann haben wir auf der Seite einen SD-Karten-Slot für MicroSD-Karten. Und hier hinten haben wir Netzwerkkabel. Wir haben einen Anschluss für... Das hier ist also für ein externes Audio-Wiedergabegerät. Also im Endeffekt Lautsprecher oder Kopfhörer. LAN-Anschluss. Dann Status-LED. Dann haben wir hier diesen Alarm-Input-Output. Wir haben hier den WPS-Knopf. Und da den Anschluss für den Strom. Dann habt ihr noch diese Antenne. Die muss natürlich hier hinten drauf gedreht werden. Das mache ich mal kurz. Die muss man hier aufschrauben. Und zwar im Uhrzeigersinn. Dann kann man die Antenne hochklappen. Die Antenne solltet ihr natürlich draufschrauben, wenn ihr das Ganze per WLAN nutzen wollt. Das müsst ihr natürlich nicht. Wenn ihr jetzt hier ein Netzwerkkabel anschließt, könnt ihr euch die Antenne auch sparen. Aber wie gesagt, viele von euch werden wahrscheinlich WLAN bevorzugen. Das war jetzt hier eben die Kamera. Dann haben wir hier noch eine Anleitung. Und zwar ist diese Anleitung hier auf Deutsch und Englisch. Ich schaue da gerade mal rein. Voreinstellungen der Kamera. Information. Produkt. Abbildung. Schemata. Was macht die LED? Wie wird das Ganze installiert? Wie setzt man die Kamera zurück? Und so weiter. Und da sehe ich auch, wofür das Plastikteil ist. Dieses schwarze Plastikteil. Damit kann man wohl das Objektiv wechseln. Beziehungsweise nein. Das Objektiv hat einen tiefen Schärfebereich. Das heißt, die Schärfentiefe eben auf welchem Bereich die liegt. So zwischen 5 und 10 Meter ist das von den Werkseinstellungen eingestellt. Das kann man aber verstellen mit diesem Justierungsring. Falls bei euch der Schärfebereich eben nicht passt. Instacloud und so weiter. Technische Daten. Und ja, das ist die Anleitung auf Deutsch auf jeden Fall. Gut. Das hier ist die Kamera jetzt. Wir haben hier die Kamera. Wir haben hier die Anleitung. Wir haben das Netzteil. Optionales Netzwerkkabel. Wir haben diesen Objektivverstellungsring. Also wie gesagt, hier vorne ist das Objektiv. Damit kann man eben... Das kann man mit diesem Ring hier verstellen. Wir haben die Halterung. Wir haben die Schrauben und die Bohrschablone. Und das war es jetzt hier halt erstmal vom Lieferumfang. Ich werde mir jetzt wie immer alles detailliert anschauen. Ich werde Testaufnahmen mit der Kamera machen. Ich werde euch die Web-Oberfläche zeigen. Ich werde euch die App zeigen. Ich werde euch die Cloud zeigen. Und dies und mehr gibt es nun im Anschluss. Elemente der Kamera Die Insta-In 8015 ist eine Full-HD-Überwachungskamera. Und ich werde jetzt kurz auf alle Elemente der Kamera eingehen. Im Bild sehen wir hier zunächst einmal das 4,3 mm Objektiv mit einem Betrachtungswinkel von etwa 90 Grad. Um das Objektiv herum befinden sich 10 Infrarot-LEDs. Diese werden bei wenig Licht angeschaltet und ermöglichen die Nachtsicht. Im Dunkeln leuchten diese LEDs rot auf. Ganz oben befindet sich ein Lichtsensor, welcher das aktuelle Lichtverhältnis misst und bei Bedarf die Infrarot-LEDs einschalten kann. Die halbtransparente Kugel unter dem Objektiv ist der sogenannte passive Infrarot-Sensor. Dieser reagiert auf sich bewegende, warme Objekte und ermöglicht so eine zuverlässige Bewegungserkennung als die reine Bewegungserkennung durch einen Bildvergleich. Am Sockel sehen wir noch ein kleines schwarzes Loch. Das ist das eingebaute Mikrofon und damit habe ich einmal eine Testaufnahme angefertigt, welche jetzt folgt. Dies ist eine Testaufnahme mit dem Mikrofon der Kamera. Ich befinde mich jetzt direkt mit dem Mund quasi vor dem Mikrofon. Der Abstand ist ungefähr eine Handbreite. Ich werde mich jetzt langsam entfernen. Jetzt sind es ungefähr 30 Zentimeter. Jetzt fühle ich mich ungefähr auf einem Jahrstand. Ich spreche quasi 90 Grad in das Mikrofon rein und wir haben sich das Mikrofon so anhört. Ich spreche die Aufnahmepalität. Neben dem Mikrofon verfügt die Kamera auch über einen Lautsprecher. Auf der Rückseite der Kamera gibt es noch einige weitere Anschlüsse. Ganz links sehen wir einen Anschluss für einen Aktiv-Lautsprecher oder einen Kopfhörer. Daneben befindet sich ein Netzwerkanschluss und der Anschluss für die WLAN-Antenne. Die Kamera kann nämlich entweder per WLAN oder per Netzwerkkabel angeschlossen werden. Unter dem Antennenanschluss befindet sich noch eine Status-LED. Diese LED sowie die Netzwerk-LEDs kann man über das Webinterface deaktivieren bzw. ausschalten. Die grünen Anschlüsse sind ein Alarm in und out. Hier kann man externe Sensoren anschließen. Der schwarze kleine Knopf rechts davon ist die WPS-Taste, welche auch zugleich der Reset-Knopf ist. Welche Funktion ausgelöst wird, ist davon abhängig, wie lange dieser Knopf gedrückt wird. Mit WPS können Geräte einfach mit Routern verbunden werden. Ich empfehle allerdings immer die manuelle Installation, welche ich gleich noch zeigen werde. Zu guter Letzt gibt es natürlich noch den Anschluss für das Netzteil. Die Insta 8015 verfügt aber auch über einen SD-Karten-Slot auf der Seite. Hier ist bereits eine 16 GB Speicherkarte eingelegt und es können Karten mit maximal 128 GB Speicherkapazität eingelegt werden. Auf der Unterseite der Kamera gibt es dann noch ein 1,25 Zoll Gewinde für eine Wandhalterung, welche ich euch gleich auch noch zeigen werde. In der Web-Oberfläche gibt es übrigens eine schöne Hilfe-Seite, die auch nochmal alle Anschlüsse erklärt. Halterung und Montage Im Lieferumfang liegt eine Wandhalterung bei. Diese Halterung wird mit dem Bolzen an das Gewinde auf der Unterseite geschraubt. Die Halterung ist zwar aus Kunststoff, erfüllt aber ihren Zweck und hält. Ich habe das gleiche Modell schon einige Jahre an der Wand. An der Halterung befindet sich eine Schraube. Wenn wir diese lösen, kann die Halterung gekippt werden. Ich zeige euch hier einmal den Radius, in dem wir das Gelenk bewegen können. Ist die gewünschte Position gefunden, so wird die Schraube wieder angezogen. Die Halterung selbst muss natürlich noch an die Wand geschraubt werden und dafür liegt eine Bohrschablone sowie zwei Schrauben mit Dübeln bei. Wichtig! Im Lieferumfang liegt ein runder schwarzer Plastikring bei. Dieser ist dazu da, die Tiefenschärfe des Objektivs einzustellen. Wenn das Bild also unscharf ist, dann müsst ihr das Objektiv mit Hilfe des Rings korrekt einstellen. Von Werk aus ist das Objektiv auf 5 bis 10 Meter eingestellt. Die App Es gibt eine App von Insta, mit der die Kamera gesteuert werden kann. Die App kann unter anderem Push-Nachrichten empfangen und der mobile Modus ist eine Besonderheit, da er sehr wenig Datenvolumen verbraucht. Diese App und die Features stelle ich euch detailliert in einem separaten Video vor. Alle Links findet ihr unten in der Videobeschreibung. Die Web-Oberfläche Die Insta 8015 verfügt über eine moderne, übersichtlich gestaltete Web-Oberfläche. Die komplette Web-Oberfläche zeige ich euch in einem separaten Video. Die Hilfe und Erklärung ist in der Web-Oberfläche integriert, was ich sehr gut gelöst finde. Den Link zum Testartikel bzw. zum Video über die Web-Oberfläche findet ihr auch hier wiederum in der Videobeschreibung. Wichtige Features der Kamera Ich will jetzt noch kurz auf einige sehr wichtige Features eingehen, die ich wirklich wichtig finde. Die vollständige Übersicht aller Funktionen gibt es wie gesagt im separaten Video zur Web-Oberfläche. Die Kamera hat eine Motorsteuerung und kann um nahezu 360 Grad rotiert werden. Außerdem kann sie auch nach oben und unten geschwenkt werden. Sie kann außerdem über das Web-Interface gesteuert werden bzw. der Motor kann über das Web-Interface gesteuert werden. Ich demonstriere hier im Video einmal den Radius, den der Motor abdeckt. Die Kamera kann bis zu 8 Positionen speichern und per Motor anfahren. Außerdem ist es möglich, diese Positionen zeitgesteuert anfahren zu lassen. Dabei werden dann mehrere Positionen hintereinander angefahren und bei jeder Position kann eine Verweildauer zwischen einer und 720 Minuten festgelegt werden. Diese Route kann dann zwischen ein und 50 Mal wiederholt werden. Man kann also quasi einen Patrouillen-Modus festlegen, den die Kamera eben ausführt und kann die Bereiche, die sie anfährt, eben festlegen und auch festlegen, wie lange sie da bleibt. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Funktion bzw. eine nützliche Funktion, wenn ihr einen größeren Bereich abdecken wollt und nur eine Kamera habt. Die Kamera hat diverse Alarmaktionen. Das ist zuerst einmal die Fähigkeit, Bilder auf einen FTP zu speichern, per Mail zu senden oder auf die SD-Karte zu speichern. Wie viele Bilder dabei gemacht werden, kann auch festgelegt werden. Es sind Werte zwischen 1 und 8 möglich. Eine E-Mail sieht folgendermaßen aus. Ich habe mir eine Mail mit 6 Bildern schicken lassen, wenn eine Bewegung erkannt wird. Die Mail seht ihr hier. Alarm-Videos können auch auf einen FTP, die SD-Karte oder in die Cloud gespeichert werden. Bei Alarm ist es außerdem möglich, eine Alarmsirene über den Lautsprecher ertönen zu lassen. Es gibt auch einen Audioalarm. Das bedeutet, dass die Kamera Alarm auslösen kann, wenn sie Geräusche registriert. Der Alarm-Ein- und Ausgang kann natürlich auch konfiguriert werden. Es ist möglich, eine Parkposition nach einer festlegbaren Zeit anzufahren. Das heißt, wird die Kamera bewegt, dann bewegt sie sich nach dieser Zeit wieder automatisch an die selektierte Position. Es ist auch möglich, eine Position festzulegen, welche bei einem Alarm automatisch angefahren wird. Die Kamera hat einen Puffer und Alarm-Videos beginnen drei Sekunden, bevor eine Bewegung erkannt wurde. Dadurch wird verhindert, dass jemand schnell durchs Bild laufen kann und dann nicht aufgenommen wird. Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Funktion. Es gibt vier Privatsphäre und vier Alarmbereiche. Die Alarmbereiche 1 und 2 sowie 3 und 4 lassen sich außerdem zeitgesteuert schalten. Das Bild kann entzerrt werden und die Kamera ist WDR-fähig. WDR dient dazu, dass das Bild gleichmäßig belichtet wird. Außerdem können Bildhelligkeit, Sättigung etc. konfiguriert werden. Der Zugriff ist per HTTPS möglich, wenn ihr über die Insta-DDNS-Adresse zugreift, bekommt ihr auch das grüne Schloss im Browser und es ist sichergestellt, dass die Verbindung auch so hergestellt wird, wie sie soll. Beim direkten Zugriff bekommt man die normale Browser-Warnung, weil die IP bzw. das Zertifikat dazu dem Browser nicht bekannt ist. Momentan ist es noch nicht möglich, ein eigenes Zertifikat hochzuladen. Es ist möglich, Daten per Get an einen Alarmserver weiterzugeben. Dieses Feature kenne ich bis jetzt nur von Insta-Modellen. Es ist außerdem möglich, permanent Fotoserien zu erstellen und zu speichern. Damit kann man Zeitrafferaufnahmen erstellen. Dabei gibt es dann die Option Fotoserie per E-Mail senden, auf FTP speichern und auf die SD-Karte speichern. Das Ganze ist auch per Zeitplan möglich. Der Alarm selbst kann übrigens auch per Zeitplan gesteuert werden. Außerdem sind Daueraufnahmen möglich und die Kamera kann auf Wunsch ältere Aufnahmen überschreiben, um Platz für neue zu schaffen. Was auch interessant ist, ist, dass es eine Option gibt, um die Kamera jeden Tag zu einer gewünschten Uhrzeit neu zu starten. Wie immer habe ich Testaufnahmen erstellt und die Testaufnahmen wurden mit 24 Bildern pro Sekunde, mittlerer Videokompression und mit 4096 KBit pro Sekunde in Full HD aufgezeichnet. Das Video mit den Testaufnahmen bei Tag und Nacht findet ihr im Testartikel. Link in der Videobeschreibung. RTSP und ONVIF Der Videostream der Kamera ist per RTSP erreichbar. Der Zugriff erfolgt zum Beispiel mit VLC. Es gibt dabei drei Streams. Die Adressen seht ihr hier. Ich habe die Kamera auch einmal in iSpa hinzugefügt. Bild und Ton werden übertragen. Mehr habe ich bis jetzt noch nicht getestet. Es ist auch möglich, per Browser auf die SD-Karte zuzugreifen. Das kann auch bei manchen Anwendungsfällen sehr nützlich sein. Ihr seht hier zwei Beispiele. Einmal der Zugriff direkt auf eine Datei und einmal quasi auf das SD-Kartenverzeichnis, welches ihr jetzt hier seht. Mein persönliches Fazit. Die Kamera kostet momentan ca. 230 Euro und ist damit im mittleren Preissegment angesiedelt. Die Insta 8015 ist eine sehr gute Überwachungskamera mit sehr vielen Features. Vor allem funktionieren diese Features auch alle gut. Was mir auch sehr gut gefällt, ist die Dokumentation in der Web-Oberfläche. Hier können nämlich kurz und schnelle Informationen abgerufen werden, ohne dass man ein Handbuch durchsuchen muss. Insta hat außerdem eine sehr gute Online-Hilfe. Wichtig ist auch, dass alles auf Deutsch verfügbar ist. Mit einer der besten Dokumentationen, die ich bis jetzt gesehen habe. Wenn ihr also keine Profis seid, dann ist das für euch extrem hilfreich. Insta ist im Übrigen eine deutsche Firma aus Hessen. Meiner Meinung nach ist die 8015 eine sehr gute Überwachungskamera mit guter Bildqualität, welche auch von Nicht-Fachleuten installiert und bedient werden kann. Das war ein weiterer extrem ausführlicher Testbericht von mir und ich hoffe, ihr hilft dir weiter. Ich empfehle dir auch einen Blick auf den Testartikel, in dem ich alle Videos eingebettet habe und eventuell auch Informationen nachtragen kann, denn Videos kann ich im Nachhinein nicht mehr bearbeiten. Alle Links und wie gesagt den Testartikel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich hoffe, der Test hilft dir weiter. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.